Jetzt kommt alles in die Öffentlichkeit. Wenn Sie vor vier Jahren sagten, Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe, dann wurden Sie mindestens als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, wenn nicht schlimmer. Jetzt konnte man plötzlich sehen in den Protokollen, das RKI war selber diese Auffassung. Das ist doch jetzt eigentlich genau der Punkt, an dem man sagen sollte, Konsequenzen. Welche Konsequenzen sollten jetzt Ihrer Meinung nach erfolgen? Wo war das Wissen? Also viele sagen ja Nürnberg 2.0, finde ich absolut richtig. Aber in diesem Fall gibt es einfach viel zu viele Täter, als dass es realistisch wäre, dass es zu einer strafrechtlichen Aufarbeitung kommt. Und dann werden natürlich die Kritiker sehr, sehr laut, die sagen, das habe ich die ganze Zeit schon geahnt. Im Grunde war das das profitabelste Geschäft, das es je in der Geschichte gegeben hat. Und es sind nie so viele neue Milliardäre entstanden, wie in den Jahren ab 2020. Das Virus, war es geplant? Oder war es ein Unfall aus dem Labor? Was ist Ihre heutige Ansicht dazu? Liebe Zuschauer, heute habe ich die große Ehre, einen neuen Gast auf unserem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. Stefan Homburg. Er ist ja nicht nur bekannt für seine Maßnahmenkritik, sondern vor allem auch für seine wissenschaftlich fundierten Ansichten. Ich habe mir einige Notizen gemacht zu Ihnen, Herr Homburg. Und erst mal schön, dass Sie den Weg nach Villingen in Schwenningen gefunden haben, den weiten Weg, trotz Widerständen. Sie gelten ja als herausragender deutscher Ökonom, haben aber in der Vergangenheit, auch gerade seit Covid, sehr viel Gegenwind bekommen, aber auch sehr viel für oder Zuspruch, möchte ich sagen. Und ich habe mal ein bisschen in Ihrer Vita recherchiert, diese außerordentlich lang. In der Zeit haben Sie einmal als Direktor des Instituts für öffentliche Finanzen an der Leibniz-Universität Hannover gearbeitet. Sie haben eine beeindruckende akademische Karriere, muss ich sagen, hingelegt und wurden schon im Alter von 30 Jahren als Professor auf Lebzeit an der Universität Bonn ernannt. Also auch Gratulation dazu nochmal, das ist sehr, sehr außerordentlich in diesem Alter. Neben der akademischen Laufbahn wurden Sie dann bekannt für Ihre politische Beratung, unter anderem als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, des Bundesfinanzministeriums und des Nachhaltigkeitsrats der Bundesregierung. Unter anderem haben Sie dann Namen beraten, wie den Bundeskanzler Gerhard Schröder oder auch Theo Weigel. Speziell seit Covid hat sich ja die Stimmung in Deutschland etwas verändert und auch die Wahrnehmung, gerade die wissenschaftliche Wahrnehmung. Es gibt ja mittlerweile gute und schlechte Ökonomen und Wissenschaftler. Ich freue mich auf ein kritisches Gespräch, gerade auch in dieser Hinsicht zu der Enthüllung der RKI-Files. Hallo. Vielen Dank. Die Einleitung war etwas länger als sonst, aber das ist Ihrer Vita geschuldet. Und ich beginne vielleicht mal mit der ersten Frage. Sie haben ja gemeinsam mit Aya Velazquez und Bastian Barucca am 23. Juli 2024 die RKI-Files vollständig entschwärzt in der Öffentlichkeit enthüllt, in einer Pressekonferenz. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt kommt alles in die Öffentlichkeit. War das eine Bombe in diesem Umfang, wie Sie es erwartet haben? Hat es die Wellen geschlagen, die Sie sich erhofft haben? Doch, absolut. Also wenn man bedenkt, seit vier Jahren haben wir versucht, immer wieder aufzuklären. Zum Beispiel, dass es keine Überbelegung der Intensivstationen gab. Dass Corona nicht gefährlicher war als eine Grippe. Ich nehme mal direkt dieses Stichwort. Wenn Sie vor vier Jahren sagten, Corona ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Dann wurden Sie mindestens als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, wenn nicht schlimmer. Jetzt konnte man plötzlich sehen in den Protokollen, das RKI war selber diese Auffassung. Und vier Jahre lang hat im Grunde nichts geklappt. Also in den sozialen Medien, auf YouTube, auch Rumble und auf X, früher Twitter, da wurde aufgeklärt, aufgeklärt, aufgeklärt. Und raus in die breite Öffentlichkeit kam nichts. Und das hat sich diesmal doch grundlegend geändert, muss man sagen. Also von Tagesschau über praktisch alle Zeitungen wird immer wieder berichtet. Und ein kleiner Zwischenerfolg ist jetzt gerade wieder vor einer Stunde rausgekommen. Nämlich Markus Söder beendet alle Corona-Bußgeldverfahren. Okay. Das hätte man sich auch früher nie denken können. Auch rückwirkend? Nicht rückwirkend, denke ich. Aber es ist ein langsamer, ein quellend langsamer, aber doch bemerkbarer Fortschritt seitdem. Ja, absolut. Also auch nochmal Glückwunsch zu dieser Enthüllung. Das war, denke ich, eine der Enthüllungen des Jahres. Beweisen jetzt die RKI, falls das uns die Politik und vor allem auch die Medien mit den Maßnahmen von Anfang an belogen haben? Also, bei den Medien bin ich mir nicht sicher. Da will ich nicht zu streng sein, ehrlich gesagt. Es wird ja immer so gesagt, die Medien, die stecken alle mit denen unter einer Decke. Aber in der aktuellen Weltwoche ist so eine hervorragende Geschichte von einem der besten Journalisten, die ich kenne, nämlich Kurt Zimmermann. Und der sagt, vor 40 Jahren hätte er der Redaktion vorgeschlagen, mal in Sachen Solarzellen, was damals noch nie jemand gehört hatte, in Kalifornien zu recherchieren. Sagt ihm der Chefredakteur, ja, da fliegen sie dahin. Dann sind sie zu zweit mit Swiss Air First Class dahin geflogen und die ganze Sache hat 40.000 Schweizer Franken gekostet. Sagt er, heute haben die Redaktionen für sowas nicht mehr Geld. Deshalb können die Journalisten auch nicht mehr richtig recherchieren, gehen wenig raus. Das meiste, was ein Journalist heute schreibt, hat er selber aus dem Internet. Und das ist die große Tragik. Dadurch ist das alles sehr manipulationsanfällig geworden. Aber die Werbemilliarden, die gehen heute zu Google, Facebook und Co. Bei den Zeitungen ist wenig. Und deshalb können die Zeitungen überhaupt nicht mehr so recherchieren wie früher. Es gilt aber auch, ich will nicht zu großzügig sein, es gibt ein paar Redaktionen, wie zum Beispiel Spiegel, früher sturmgeschützter Demokratie. Da hätte man doch erwartet, dass die ein bisschen kritisch nachhaken. Haben sie nicht getan. Zu ihrer Frage, dass die Politiker uns beschwindelt haben. Das ist durch die RKI-Falz eindeutig bewiesen. Also es war doch die ganze Zeit die Geschichte kolportiert worden. Das RKI sagt, es besteht eine hohe Gefahr. Deshalb müssen wir Politiker leider eure Freiheitsrechte einschränken. In Wirklichkeit hat die Politik dem RKI immer vorgegeben, welche Warnstufe es ausrufen sollte. Das steckte nichts wissenschaftlich dahinter. Insofern war das ein von ganz oben, also Merkel, Spahn, Seehofer, Söder gesteuerter politischer Schwindel. Das steht jetzt fest. Da kann keiner mehr was gegen sagen. Und das ist doch jetzt eigentlich genau der Punkt, an dem man sagen sollte, Konsequenzen. Welche Konsequenzen sollten jetzt Ihrer Meinung nach erfolgen? Wo war das Wissen? Also da muss man jetzt unterscheiden zwischen dem, was ich gerne hätte und dem, was realistisch ist. Ich bin der Meinung, was das Verwaltungsrecht angeht, zum Beispiel Aufhebung von Bußgeldbescheiden oder Verstößen gegen Impfpflicht und dergleichen. Da sieht es eigentlich ganz gut aus. Und da haben wir jetzt ja beim Verwaltungsgericht Osnabrück ersten Erfolg, weil das Verwaltungsgericht, also der ganze Senat, klipp und klar gesagt hat, wir halten diese Impfpflicht für verfassungsfähig. Das ist im Grunde auch ein Meilenspeinstein, der direkt auf dem RKI-League beruht. Beim Zivilrecht ist es schwerer. Da wünsche ich mir wirklich sehr, dass Leute, die Impfschäden haben, auch entschädigt werden. Aber es ist wahnsinnig schwer. Also die Gerichte sagen einfach, was nie bewiesen wurde, dass das Nutzen-Kosten-Verhältnis der Impfung positiv ist. Und dass deshalb der Einzelne es hinnehmen muss, Kollateralschaden bei der ganzen Sache gewesen zu sein. Total pessimistisch bin ich, um zum Schluss zu kommen, was das Strafrecht angeht. Also viele sagen ja Nürnberg 2.0, finde ich absolut richtig. Aber Nürnberg 1.0 hat es nur gegeben, weil es von Alliierten geführt wurde. Auch in diesem Fall gibt es einfach viel zu viele Täter, als dass es realistisch wäre, dass es zu einer strafrechtlichen Aufarbeitung kommt. Das wird man alles ziemlich schnell vergessen, denke ich. Danke. Ich habe zu Ihrer Medienwahrnehmung noch eine Frage. Und zwar, man sprach ja oft von der Pandemie der Ungeimpften. Das haben Sie ja mit den RKI-Files klipp und klar widerlegt. Wer wollte dann diesen Begriff in der Öffentlichkeit prägen? War das dann Ihrer Meinung nach gesteuert, um es mal so zu sagen? Ja, und zwar in größerem Ausmaß, als Sie vielleicht denken. Denn der erste bekannte Mensch, der dieses benutzt hat, war Joe Biden. The pandemic of the unvaccinated. Das heißt, dieses ist, genauso wie die ganze Corona-Pandemie, die sogenannte, das ist alles international koordiniert gewesen. Die Stichworte wurden meist von Werbeagenturen in den USA geprägt und dann wurde das einfach eingedeutscht, übersetzt und kursierte hier. Diese Pandemie der Ungeimpften, die finden Sie in allen Sprachen. Also Sie finden das auf Französisch, Rumänisch, Englisch, Deutsch, ist eine weltweite Sache. So wie ja auch überhaupt bei den Lockdowns und den Impfpflichten und so weiter, dass alles im Grunde international koordiniert war. Ja, das ist eine heftige Anschlückung, aber wir haben es jetzt gesehen, durch Ihre Offenlegungen kann man das nid- und nagelfest beweisen. Sehen Sie das RKI als eine weisungsgebundene Behörde, gerade hinsichtlich der Regierungslinie, der man hier gefolgt ist? Man sollte eigentlich von einer Behörde wie dem RKI erwarten, dass man wissenschaftliche Urteile als Grundlage bildet. Aber wir haben ja den RKI-Files auch entdeckt, dass hier andere Tongeber vorausgegangen sind. Ja, das ist aber typisch für Behörden. Also es ist nicht so, dass ich das RKI als weisungsgebundene Behörde sehe, sondern das ergibt sich aus dem Gesetz. Und so ist der ganze Behördenaufbau in Deutschland mit der früheren Ausnahme Bundesbank. Das war eine nicht weisungsgebundene Behörde. Aber sonst sind alle Behörden weisungsgebunden. Und Herr Kettner, eigentlich ist das doch auch richtig. Ja. Wenn die Behörden nicht weisungsgebunden wären, könnten die machen, was sie wollen, ohne dass jemand verantwortlich ist. Durch die Weisungsgebundenheit haben wir einen Verantwortungsstrang und können letztlich sagen, Schuld für das, was das RKI wieder besseren Wissens verkünden musste, haben ganz klar die Minister Spahn und später Lauterbach. Wir haben ja trotzdem gesehen, dass sie machen, was sie wollen, auch wenn es diese Gebundenheit gibt. Ja, intern, bei der internen Meinungsbildung. Da haben sie dann gesagt, Pandemie der Ungeimpften ist Unsinn. FFP2-Masken sind Unsinn. Und ganz am Anfang, im März 2020, liest man ständig zwischen den Zeilen, dass das RKI im Grunde alles unsinnig fand. Denn die hatten ja einen Pandemieplan entwickelt, über Jahre und Jahrzehnte. Und da stand nichts drin von Lockdowns, Schulschließungen und so weiter. Sondern die kriegten das alles politisch diktiert und mussten es dann verkaufen. Was war bei der Entdeckung, der Recherche, das waren ja unheimlich viele Dokumente, ich habe auch einiges gesichtet, aber was war Ihre größte Errungenschaft oder Ihre Überraschung, wo Sie sagen, das kann wirklich nicht hier drin stehen? Also gab es so einen Moment, wo Sie, oder wahrscheinlich mehrere? Absolut. Also es sind all die Stellen, die diese sogenannte Risikobewertung betreffen. Also unser Leben hing ja drei Jahre ab im Grunde von der Risikobewertung. War das Risiko niedrig, laut RKI-Verlautbarung im Wochenbericht oder früher Tagesbericht, dann konnten wir leben, frei leben sozusagen, wie in den Jahrtausenden vorher. Und wenn aber die Warnstufe vom RKI auf hoch gesetzt wurde, dann gab es Schulschließungen, Ausgangssperren, Lockdowns und so weiter und so fort. Und um Ihre Frage zu beantworten, das Erstaunlichste ist, dass diese Risikostufe dem RKI diktiert wurde. Also am 17. März 2020 hat das RKI auf Befehl die Risikostufe hochgesetzt. Man sieht dann im weiteren Verlauf der Protokolle, dass sie ab und zu mal das Risiko senken wollten. Zum Beispiel im Juni 2020. Im Juni 2020, da waren ja nicht nur die Erkältungen praktisch verschwunden, sondern sogar auch diese PCR-Testergebnisse. Also die Inzidenzen waren nahe Null. Und dann wollten die wissenschaftlichen Mitarbeiter des RKI konsequenterweise auch das Risiko mal wieder runterstufen. Aber es ist ihnen verboten worden, das durften sie erst im Februar 2023, also nach drei Jahren. Und dass die ganze Risikostufe politisch diktiert war, bis ins Einzelne. Und dass ihnen vorgegeben wurde, wissenschaftliche Kennzahlen auf zwei Nachkommastellen auszurichten. Von einem Politiker, von einem Bankkaufmann, der das so gewohnt war. Das ist einfach alles unfassbar. Inwiefern hat das Verhalten des Robert-Koch-Instituts das Vertrauen der Öffentlichkeit auch in die Institutionen wie ein RKI und weitere Ämter beschädigt, beeinträchtigt? Also mir geht es persönlich so, nachdem Sie das ja auch in der Öffentlichkeit breitgetreten haben, hinterfragt man alles noch etwas mehr und man hat noch mehr Misstrauen. Ja, und das ist auch richtig so, finde ich. Ja, absolut. Der Prozess läuft noch weiter. Es gibt noch nicht so viele Leute, wenn Sie mal so am Stammtisch und in der Familie reden, es gibt noch nicht so viele Leute, die die Bedeutung dieses RKI-Leaks auf dem Schirm haben. Ja, ich habe es auch ein bisschen in den Öffentlich-Rechtlichen vermisst, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Ich bin jetzt niemand, der in den alten Medien viel unterwegs ist, liegt ja schon allein am Dasein. Sie sind ja auch auf YouTube tätig. Wir verlinken den Kanal für die Zuschauer gerne mal unter dem Video und Ihren X-Kanal ebenfalls. Da folgt Herrn Homburg gerne, wenn er es noch nicht tut, aber ich bin sicher, einige tun schon. Aber wie war das denn? Also kamen große Anfragen, Tagesthemen und so weiter? Nein, also wir hatten ja zu einer Pressekonferenz eingeladen und da kamen insgesamt rund 30 Journalisten und von den etablierten Medien kam genau niemand. Na ja, klar. Aber schon am selben Abend war es in der Tagesschau. Es war mit entsprechendem Framing, aber es wurde genannt. Wir hatten natürlich auch unglaublich Glück, denn es war die EM gerade vorbei und Olympia hatte noch nicht begonnen. Es war in der Zwischenzeit. Und so kam es dann immerhin in die Tagesschau. Und ich musste dabei innerlich lachen, weil es in den öffentlich-rechtlichen Medien dann auch hieß, dass es 4000 Seiten seien. Das konnte keiner wissen. So schnell konnten die auch gar nicht nachts sehen. Selbst die Downloads funktionierten ja am Anfang nicht, Herr Kettenner. Haben Sie vielleicht auch gemerkt, oder? Am Anfang, in den ersten Tagen brach das immer wieder zusammen, bis unser IT-Mann eine riesige Server-Farm sozusagen aufgebaut hat, die Infrastruktur geschaffen hat. Also ich lachte über die 4000 Seiten, weil ich diese Zahl auf der Pressekonferenz genannt hatte. Und das zeigte, die Journalisten sind zwar nicht zur Pressekonferenz gegangen, um Kontaktschuld zu vermeiden, aber sie haben sie alle geschaut. Spannend, ja. Und es waren ja riesige Zugriffszahlen auf YouTube. Ich war auch dabei. Sie waren auch dabei. Ja, Respekt dafür. Also da gehört auch eine gewisse Portion Mut dazu. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit ohnehin notwendig, wenn man sich kritisch äußert. Stehen, und das wäre jetzt eine kritische Frage in dem Zusammenhang, vor allem auch in Bezug auf AstraZeneca und den Impfstoff, wo ja das RKI frühzeitig alarmiert, beziehungsweise alarmierende Informationen hatte, stehen hier hinter dieser ganzen Entwicklung Ihrer Meinung nach finanzielle, politische Interessen, die das vorangetrieben haben, wenn Sie sagen, es war eine koordinierte Geschichte. Und diese Frage muss man ja am Ende stellen dürfen. Wer hat davon profitiert? Also erst mal, dass es eine koordinierte Geschichte war, ist keine These, sondern da bin ich mir ganz sicher, denn es gab seit 1999 diese Planspiele. Die sind auch alle im Internet dokumentiert. Also das bekannteste ist Event 201, das war ja 2019. Mein Favorit ist Spass, klingt fast so wie SARS, ist aus 2017, enthält genau Strategien, wie man Gegner von Impfungen in sozialen Netzen bekämpft. Also das ist toll gemacht. Da sind dann Tweets aus 2025 von Leuten, die bestimmte Arzneien nicht nehmen wollen und dann, was man denen entgegnen muss. Und das Hauptrezept wird Ihnen bekannt vorkommen. Das ist der Spruch, der dann auch in der Realität millionenfach kam. Korrelation ist keine Kausalität. Jedenfalls nicht bei Impfschäden. Bei Wirksamkeitsstudien für Impfungen ist das schon so, aber sonst nicht. Sprich, also es gab eine internationale Koordination über mindestens 20 Jahre und dabei waren auch Staaten wie China immer vertreten. Es waren bei diesen Konferenzen erstaunlich wenig Ärzte und es waren dort auffällig viele Militärs und Pharmavertreter. Was jetzt der eigentliche Hintergrund ist, da bin ich mir nicht vollkommen sicher, muss ich sagen. Und also wenn ich mir über irgendwas sicher bin, dann sage ich das auch klar. Aber hier würde ich eigentlich vermuten, dass es vor allem um ein finanzielles Interesse geht. Ich möchte hier mein Handy nicht zücken, um respektlos zu werden, sondern ich habe heute Morgen jetzt so eine spannende Diskussion, ich glaube von Auf1 kam die auf, bekommen und zwar, dass es bei Covid um Gehorsam ging. Und zwar Covid-19 war der Test für soziale Verantwortung. Eine große Anzahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit wurde von Milliarden von Bürgern auf der ganzen Welt aufgenommen. Es gab weltweit zahlreiche Beispiele für die Erhaltung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungs-Apps oder Nachverfolgungs-Apps für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung demonstrieren. Das Ganze in Verbindung gebracht mit einem Logo von einem Wirtschaftsforum, das regelmäßig in der Woos stattfindet. Und dann werden natürlich die Kritiker sehr, sehr laut, die sagen, das habe ich die ganze Zeit schon geahnt. Ja, also es ist aber eine mögliche Interpretation. Sicher ist, dass das, was da an Volksdressur gelaufen ist, drei Jahre lang, dass das denen in die Hände spielt, die stärker autoritäre Systeme etablieren wollen. Das ist klar. Aber ob die auch, also es ist nicht immer der Profiteur einer Sache, auch der Urheber. Ja, verstehe. Da darf man also, da muss man aufpassen, dass nicht die Fantasie mit einem durchgeht. Ich bin ja primär Ökonom. Und wenn mich Leute fragen, ja wieso, wegen so ein paar Milliarden, so ein Ding, dann sage ich immer, ja, also Kriege sind wegen viel nichtigeren Anlässen gemacht worden. Und im Grunde war das das profitabelste Geschäft, das es je in der Geschichte gegeben hat. Und es sind nie so viele neue Milliardäre entstanden, wie in den Jahren ab 2020. Spannend, vor allem spannende Aussage, dass Sie das genauso sehen. Wer hat denn am Ende des Tages, wenn Sie jetzt von Milliardären sprechen, profitiert und ist damit auch in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form aufgefallen? Also ich sage mal, man hat immer wieder Namen gehört, von reichen Tech-Milliardären, das Silicon Valley, gerade der digitale, der finanzielle Komplex hat massiv profitiert. Wir haben ja gesehen, die großen Big Seven mittlerweile, mit Ausnahme von Nvidia und Elon Musk mit Tesla, sind alle in dieser Phase massiv aufgespült worden. Das heißt, es gab definitiv Gewinner in den USA, im Silicon Valley, aber es sind Ihnen auch Namen bekannt, die Sie da in der Öffentlichkeit... Also ein Name, der ja allgemein bekannt ist, ist in Gates. Gates ist bei Biontech 2019 eingestiegen und dann auch rechtzeitig wieder ausgestiegen und hat einen riesen Gewinn gemacht. Dann die Strömbahnbrüder. Aber ich denke, es werden in nächster Zeit auch ganze Dissertationen erscheinen, das ist auch nötig. Die dieses Geflecht darstellen und dann genau sagen, aufgrund der meist bekannten Beteiligungsverhältnisse, bei großen Beteiligungen, der hat so und so viele Milliarden gemacht, der so und so viel. Aber abgesehen von den einzelnen Personen stimmt auch, was Sie sagen, es hat insgesamt eine Verschiebung gegeben von der analogen zur digitalen Wirtschaft. Wenn ich bei mir in Hannover sehe, wie viele gastronomische Läden nicht vorübergehend zu sind, sondern einfach vollkommen verschwunden sind. Und auch im Kulturbereich hat es Kahlschlag gegeben, bei kleinen Theatern und dergleichen. Also es ist viel in der analogen Wirtschaft verschwunden und das Geld, was die Leute dort sparen, also so ironisch oder zynisch das klingen mag, das haben sie eben in der digitalen Welt ausgegeben. Sprich, wenn ich am Wochenende nicht mehr feiern kann, nicht mehr in die Disco kann, nicht mehr in die Kneipe kann, was ja einiges Geld spart, dann gönne ich mir wenigstens ein Netflix-Abo und so weiter. Ja, ja. Tatsächlich, ja. Ich hatte mit Herrn Prof. Wiesentang ein spannendes Gespräch. Da ging es maßgeblich um die Frage, woher kommt das Virus? War es geplant? Oder war es ein Unfall aus dem Labor? Was ist Ihre heutige Ansicht dazu? Also eine überwiegende Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass es Labor gemacht war. Und es spricht auch eine ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese ganze Virologie und Impfstoffforschung und so einen sehr starken militärischen Hintergrund hat. Also es kann durchaus sein, auch wenn viele das für abwegig halten, dass das ganze SARS-CoV-2 eigentlich eine Bio-Waffe sein sollte, die aber gescheitert ist. Und zwar an unserem Immunsystem. Also es ist schon sehr auffällig bei der Zulassung von mRNA, hatte die DAPA ihre Finger im Spiel, also die Forschungsabteilung des Pentagon. Und immer wieder sind auf diesen Konferenzen Militärs ja sogar die beiden Chefs von Herrn Wieler, also im Gesundheitsministerium. Ein Major der Reserve und ein NATO-General. Das ist doch alles nicht Zufall. Ja, da sind wir beim Punkt. Welche kritischen Punkte sehen Sie denn in der Rolle von auch den Namen, die sich ja regierungstreu gezeigt haben? Also Christian Drosten, Kekulé, Wieler während der Pandemie? Also Wieler ist aus meiner Sicht ein rückgratloser Beamter. Der hat einfach gemacht, was ihm gesagt wurde und wohl immer darauf geachtet, dass wenn er was wirklich Kritisches machen sollte, also etwas im Grunde Strafbares, dass er dann eine schriftliche Weisung bekam. Das sehen wir ja auch aus den Leaks. Das RKI hat immer mehr darauf bestanden, dass sie schriftliche Weisungen vom Ministerium bekommen, um selber nicht die Verantwortung zu haben, während umgekehrt die Ministerialen ihnen keine schriftlichen Weisungen geben wollten. Ja, krass, krass. Ja, während Drosten, Büx und diese Leute, das sind für mich alles eher Abgesandte der Pharmaindustrie. Also sind aus meiner Sicht gewissenlose Leute, die auch wissen, dass sie die Unwahrheit sagen. Gerade bei Herrn Drosten sieht man das ja sehr gut dokumentiert. Im Februar, das ist ein ganz normales Virus, eine Erkältung, werden sie gar nicht merken. Und für Masken gibt es schlechte technische Daten, brauchen wir nicht. Und innerhalb einer Woche dann um 180 Grad gedreht. Da kann mir keiner erzählen, dass er irgendwelche wissenschaftlichen Eingebungen hatte. Verzeiht mir bitte an dieser Stelle einen kleinen Hinweis. Denn Deutschland erlebt gerade eine dramatische Deindustrialisierung. Große Konzerne bauen massiv Stellen ab und die Autoproduktion ist um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Zeitgleich waren immer mehr Experten vor einem drohenden, bevorstehenden Börsencrash und dem Zusammenbruch der deutschen Automobilindustrie. Die Zeichen stehen mittlerweile auf Sturm. Und jetzt die Frage, ist dein Vermögen darauf vorbereitet? Denn im Webinar Rettet Dein Geld enthüllen wir gemeinsam mit vier weiteren Experten live, warum selbst Warren Buffett gerade Aktien im Wert von 100 Milliarden Euro verkauft hat. Und das war ebenfalls erster Anfang. Aber noch viel wichtiger, wir zeigen dir, wie du dein Vermögen vor dem drohenden Wirtschaftscrash schützen wirst und wie du diesen Krisen sogar mit Gewinn und einer goldenen Zukunft trotzt. Wenn du also mehr dazu erfahren möchtest, wie du dich absicherst, dann klicke gerne unter diesem Video auf den Link und melde dich jetzt an zum kostenlosen Live-Webinar am 29. Oktober um 19 Uhr mit mir und insgesamt vier hochkarätigen Gästen. Freu dich also darauf, es wird ein unvergleichbares Event. Und welchen Einfluss hatte denn die, wenn Sie sprechen von der Pharmaindustrie und der Nähe zu diesen Wissenschaftlern, die EU, die WHO, die Billin-Melinda-Gates-Stiftung auf diese Maßnahmen? Ich nehme jetzt viele Namen ganz bewusst, um das so ein bisschen in den Kontext des Lobbyismus zu stellen, der dahinter steht. Also ich glaube, der Einfluss ist indirekt. Sie haben im Grunde die Beamten und die Politiker konditioniert und zwar auf diesen Konferenzen. Wenn Sie auf Konferenzen oft genug durchspielen, wir machen ein Planspiel, hier kommt ein super gefährliches Virus, wie werdet ihr als verantwortliche Politiker und Beamte jetzt reagieren? Aha, ihr müsst einen Lockdown machen. Das ist wie beim Pavlovschen, bei der Flex, das irgendwer angeübt. Und wenn dann plötzlich die WHO sagt, hier höchste Warnstufe, dann verhalten die sich alle so, wie sie es gelernt haben. Ich habe auf ihrem X, ich bin ja Follower, der Link ist hier unten, was Spannendes gelesen. Da fordert Bill Gates, die Desinformation über Impfungen in Echtzeit per KI zu zensieren. Wie sehen Sie sowas? Naja, das passt eben ins Bild. Das ist genauso wie Nancy Faeser oder die Grünen. Die möchten alles verbieten, was ihnen zuwiderläuft. Und wenn man jetzt irgendwie außen vorsteht oder sich schwer tut oder vielleicht auch ehemaliger Grünwiller ist oder aktueller Grünwiller, es muss einem doch komisch vorkommen, dass manche gar nicht mehr argumentieren, sondern nur noch zensieren, mundtot machen, denunzieren. Und das hat sich durch Corona auch wesentlich verstärkt. Aber trifft ja auch unabhängig von Corona. Leute, die zum Beispiel zum Ukraine-Krieg eine andere Meinung haben. Sie sprachen vorhin davon, dass in den Jahren schwierig war, Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir haben jetzt Mechanismen, auch Elon Musk hat dazu beigetragen, gesehen, dass Accounts eingeschränkt wurden in der Reichweite. Andere Plattformen, ich nenne jetzt hier keinen Namen, haben die WHO-Maßgaben in die AGB verankert, um entsprechende Richtlinien zu schaffen. Sehen Sie Gefahren ausgehend, jetzt gehen wir mal auf die WHO ein, und den WHO-Pandemievertrag, der ja durchaus das gesamte Betrachtungsbild verändern kann, wie in Zukunft solche Dinge ablaufen? Also den braucht man gar nicht. Ich bin ja selber WHO-Opfer gewissermaßen. YouTube hat ja ein Video von mir gelöscht und mir eine Warnung gegeben. Und Sie wissen ja als Kanalbetreiber auf YouTube, wenn man die dritte Warnung hat, dann ist Ende Gelände. Ja, es beginnt bei YouTube mit einer Warnung und geht dann über drei... Die Verwarnung, genau. Und dann am Schluss ist der ganze Kanal weg. Ja. Und ich wollte mir das deshalb nicht gefallen lassen und habe erst mal... Man kann ja Einspruch erhielten, aber ohne Begründung. Mit dem kleinen Textfeld. Und dann wird das abgewiesen, komplett ohne Begründung oder mit so einem Satzbaustein. In meinem Fall, Sie haben gegen WHO-Richtlinien verstoß. Haben wir was gemeinsam. Gut, dann habe ich also prozessiert, also mit der Kanzlei Steinhöfe. Haben wir auch was gemeinsam. Im Ergebnis dieses Prozesses ist das Video wieder da und ist die Warnung weg. Aber kostet natürlich eine ganze Stange Geld. Und auf der anderen Seite war eben die Kanzlei Taylor-Wessing. Kenn ich auch, ja. Und die hat in meinem Fall einen Schriftsatz von 315 Seiten. Wacht, 315 Seiten? Ja. In denen Sie begründen, warum es wichtig ist, dass mein Video gelöscht wird. Auf die Art und Weise, also 315 Seiten, das sind zigtausend, die Sie bei den Stundensätzen der Großkanzleien dafür aufwenden müssen. Aber so macht Google einfach seine Gegner platt. Und Google hat ja eben, also Google als YouTube-Betreiber hat ja eben diesen Vertrag mit der WHO. Und am längeren Hebel sitzen im Grunde Politik und WHO. Oh, denn Google macht das auch nicht freiwillig. Also man darf die jetzt auch nicht verteufeln. Sondern denen wird vom Staat gesagt, wenn ihr euch nett verhaltet, dann verhalten wir uns auch nett. Ja, klar. Und folgen zum Beispiel nicht denjenigen, die sagen, wir müssen mal ein Enter-Trust-Verfahren machen. Und eure Monopolstellung aufbrechen. Und euch in mehrere kleine Unternehmen aufspalten. So wie früher die Telefongesellschaft AT&T. Abschlussfrage zu diesem Thema. Denken Sie, dass diese Verbrechen der Corona-Zeit oder der Covid-Zeit jemals aufgearbeitet werden? Und zwar in der Form, wie man sich das als jemand wünscht, der in der, ich sage jetzt nicht Opferrolle war, aber in der Rolle eines Gegängelten? Ja, also aufgearbeitet im zivilgesellschaftlichen Bereich auf jeden Fall. Das läuft ja auch schon. Da gibt es ja Bestseller wie den von Dr. Frank mit dem bezeichneten Titel Das Staatsverbrechen. Es lässt ja nichts zu wünschen übrig. Aber eine strafrechtliche Aufarbeitung durch Gerichte wird es meines Erachtens nicht geben, weil die Zahl der Täter zu groß ist, die Täter zu mächtig sind und auch die Gerichte selber zu tief in die Sache verstrickt fahren. Das ist ein heftiger Vorwurf. Was möchten Sie den Zuschauern zum Ende dieses für mich sehr spannenden Gesprächs denn gerne mitgeben? Haben Sie denn einen Wunsch, etwas zu teilen, Informationen in die Öffentlichkeit zu tragen, damit mehr Menschen davon erfahren? Ich lasse Ihnen als Gast hier das Schluss machen. Nichts Spezielles. Also mein großer Wunsch wäre, dass diese Zeit nicht so schnell vergessen wird. Am Anfang lebte der Corona-Widerstand, das darf man nicht vergessen, von denjenigen, die noch Erinnerungen an die Schweinegrippe hatten. Also mich hat sehr beeindruckt, dass auf der ersten Demonstration, auf der ich überhaupt war als Zuschauer, die Organisatorin eine junge Frau war und ich fragte sie, warum engagieren Sie sich hier so? Die hatte auch kleine Kinder, warum engagieren Sie sich? Sagt sie, dass eines ihrer Kinder unter Narkolepsie leiden würde. Also eine schreckliche Krankheit, wo sie im Grunde ohne Vorankündigung plötzlich einschlafen. Das heißt, sie können im Grunde kein Auto fahren, sie können auch die meisten Berufe nicht ausüben. Und verursacht war das durch dieses Pandemrix, das damals von Herrn Drosten empfohlen wurde, mit dem Argument, keine Impfung kann so gefährlich sein wie dieses Schweinegrippenvirus. Das war 2009 und das war 2020 schon von 99 Prozent der Bevölkerung vergessen. Wäre wichtig, dass Corona nicht so schnell vergessen wird. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann teilt dieses Video sehr gerne. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Alle weiterführenden Links wie Ihren YouTube-Kanal, den X-Kanal packen wir hier unten rein. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in dieser Playlist vorbeischaut und unseren YouTube-Kanal abonniert.